Los, los! Toll, liebe Mann, danke! Hallo meine Liebe und willkommen zu meinem neuen Video. Hallo, Jo. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch dieses Format schon und zwar wird dieses Video hier gedreht und unscheiße und scheiß geschnitten hochgeladen. Das heißt, alle Versprecher, und ich spüre jetzt schon, dass ich mich in diesem Video tausendmal versprechen werde, bleiben scheiß drin, egal was jetzt passiert. Wie ist es überhaupt zu diesem Video gekommen? Ich bin jetzt einfach ganz ehrlich zu euch, Leute, ich bin wirklich immer noch so hartfertig und ich bin heute mal aufgewacht. Eigentlich von Julian und ich hatten gestern Abend spontan die Idee, mit ein paar Freunden rauszugehen und es ist dann doch ein bisschen intensiver geworden. Eigentlich sind wir eben erst gekommen. Ja, so ungefähr, auf jeden Fall. Wir waren wirklich immer noch so hart. Und ich bin heute mal aufgewacht, eigentlich von Julians Anfall, weil ich anscheinend so scheiße und schlimm aussah wie noch nie in meinem ganzen Leben. Eigentlich... Hast du schon mal in eine Badewanne geschissen? Ah, wer fragt so eklig und fragt! Banana-yuh-yuh-yuh. Banana-yuh-yuh-yuh. Banan-a-ya-ya